Die EN 60204 Teil 1 ist die Basis für sicherheitstechnische Untersuchungen von elektrischen Ausrüstungen. Als IEC 60204 Teil 1 gilt diese weltweit bis auf den nordamerikanischen Markt. Eine CE-Kennzeichnung von Maschinen ohne die Anwendung der Norm ist in der Praxis überhaupt nicht möglich. Anwendbar ist die Norm für alle die im Bereich Maschinensicherheit tätig sind. Also Maschinenhersteller, Anlagenbauer, aber auch Betreiber von Maschinen. Die neue EN 60204 ist wichtig für das Design ihrer Maschinen. Beispielsweise gibt es neue Anforderungen für Leistungsantriebssysteme, Definitionen von EMV Anforderungen sind gegeben, die Berechnung des Kurzschlussstroms wird weiter definiert und das Kapitel 9 über Steuerstromkreise und Steuerfunktionen ist neu überarbeitet. Es gibt auch neue Anforderungen über die technische Dokumentation und Klarstellungen hinsichtlich des Überstromschutzes und des Schutzleitersystems. Die neue Norm kann ab sofort angewandt werden. Spätestens ab dem 14.09.2021 sind Bewertungen nach der alten Norm nicht mehr gültig und müssen geändert werden. Wir als TÜV Rheinland unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung der Anforderungen der neuen Norm, sodass eine übergangslose Dokumentation Ihrer CE-Kennzeichnung gewährleistet ist. Anhaltung der Anforderungen ist Gross-Zimmer-Görf catalen.